Maltipoo, Hunderasse, die 10 wichtigsten Fakten. Heute dreht sich alles um den Maltipoo. Ich habe für dich die 10 wichtigsten Fakten zusammengefasst und stelle dir den Maltipoo vor. Bevor es losgeht, noch eine kurze Einleitung. Der Maltipoo ist eine Kreuzung aus Malteser und Pudel, die sich aufgrund ihrer freundlichen und liebevollen Art, ihrer Intelligenz und ihres hypoallergenen Fells immer größerer Beliebtheit erfreut. In diesem Hunderasse-Porträt wirst du mehr über diese charmante Mischlingsrasse erfahren und warum sie so viele Menschen begeistert. Herkunft des Maltipoos Der Maltipoo ist eine Designermischlingsrasse, die in den USA in den 1990er Jahren entstanden ist. Die Kombination aus Malteser und Pudel vereint die besten Eigenschaften beider Rassen, was dazu geführt hat, dass der Maltipoo als idealer Familien- und Begleithund angesehen wird. Wesenszüge und Charaktereigenschaften Der Maltipoo ist ein freundlicher, liebevoller und intelligenter Hund. Sie sind sehr anhänglich und menschenbezogen, was sie zu großartigen Begleitern für Familien, Senioren oder Singles macht. Maltipoos sind in der Regel gutmütig und vertragen sich gut mit Kindern und anderen Haustieren. Sie sind leicht zu trainieren und benötigen eine konsequente, aber liebevolle Erziehung. Passt der Maltipoo zu mir? Der Maltipoo ist ein pflegeleichter Hund, der sich sowohl für erfahrene Hundehalter als auch für Anfänger eignet. Sie benötigen regelmäßige Bewegung und geistige Auslastung, um glücklich und ausgeglichen zu sein. Da sie klein und anpassungsfähig sind, eignen sie sich auch gut für das Leben in einer Wohnung oder einem Haus mit kleinem Garten. Wenn du einen Maltipoo in deiner Familie aufnehmen möchtest, solltest du mit einem Preis von 800 bis 2000 Euro rechnen, wenn du ihn von einem seriösen Züchter kaufen willst. Wie halte ich einen Maltipoo? Erziehung und Entwicklung des Welpen Maltipoos sind intelligente Hunde, die eine konsequente und liebevolle Erziehung benötigen. Da sie sehr menschenbezogen sind, ist eine frühe Sozialisierung besonders wichtig, um Probleme im späteren Leben zu vermeiden. Eine positive Verstärkung und Belohnung fördert das Lernen und stärkt die Bindung zwischen Hund und Halter. Wie viel Beschäftigung braucht der Maltipoo? Der Maltipoo benötigt tägliche, körperliche und geistige Auslastung. Spaziergänge, leichte Spiele und Trainingseinheiten sind ideal, um den Hund auszulasten. Intelligenzspiele und Nasenarbeit können auch dazu beitragen, den Hund geistig zu fordern, um zufrieden zu halten. Gesundheit und Pflege Die Fellpflege des Maltipoos ist aufgrund des Pudelanteils etwas anspruchsvoller. Ihr lockiges oder gewähltes Fell sollte regelmäßig gebürstet werden, um Verfilzungen zu vermeiden. Das Fell sollte auch alle paar Monate getrimmt oder geschoren werden, um das Fell sauber und gepflegt zu halten. Die Rasse neigt dazu, weniger zu haaren als viele andere Hunderassen, was sie zu einer guten Wahl für Allergiker macht. Achte darauf, Ohren, Augen und Krallen regelmäßig zu kontrollieren und zu pflegen. Maltipoos können anfällig für bestimmte gesundheitliche Probleme sein, die bei den Elternrassen Malteser und Pudel auftreten können, wie zum Beispiel Patella-Luxation, Hüftdysplasie, progressive Retina-Atropie und Epilepsie. Eine verantwortungsvolle Zucht und regelmäßige tierärztliche Untersuchungen können dazu beitragen, das Risiko solcher Erkrankungen zu minimieren. Interessantes und Wissenswertes Der Maltipoos ist eine sehr anpassungsfähige Rasse, die sowohl in ländlichen als auch in städtischen Umgebungen gut zurechtkommt. Sie sind oft fröhliche und verspielte Hunde, die gerne im Mittelpunkt der Aufmerksamkeit stehen. Aufgrund ihrer Intelligenz und Anpassungsfähigkeit eignen sie sich auch gut für verschiedene Hundesportarten wie Agility, Obedience oder Rally Obedience. Maltipoos sind nicht nur als Familienhunde, sondern auch als Therapie- oder Assistenzhunde beliebt. Sie sind sehr einfühlsam und können gut auf die Bedürfnisse ihrer Besitzer eingehen, was sie zu idealen Begleitern für Menschen mit Behinderungen oder psychischen Erkrankungen macht. Das waren auch schon die 10 wichtigsten Punkte zum Maltipoos. Danke, dass du bis hierhin zugeschaut hast. Bis zum nächsten Mal, deine Hundefreunde von Hunde Fantastisch!